Ja hallo alle miteinander, ich grüße euch, ihr habt es sicherlich schon erkannt, wieder einmal vom schönsten Bahnhof der Welt. Wald, wie heißt das nochmal, das ist auch so ein neues Ding, Waldbaden, ich bade im Wald, aber mit einer kräftigen Stulle und einem Kaffee. Ja, nur drei Minuten später sind wir hier am Töppersee angekommen. Hm? Mhm. Musik Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns bei der nächsten Tour, ich denke, schon bald. Bis dann, macht's gut, tschüss! Musik Musik